Die SCL Tigers. Ein Mythos. Eine Institution. Ein Emmentaler Leuchtturm. Fünf Menschen. Ein Schicksal. Eine Identifikationsfigur bangt. Es wäre so, wenn ich von heute auf morgen aufhören und keile. Ein Präsident leidet. Das erste Mal in meinem Leben musste ich von Leuten her. Ich musste sagen, wir haben zwar einen Vertrag zusammen, aber wir können den nicht gänzlich erfüllen. Ein Sportchef rechtfertigt sich. Wir hätten auch ohne Weiteres so weiterfahren können. Und ja. Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ein Coach muss gehen. Come on! I've been in the business 35 years as a player, as a coach, as a leader. You do your job until it ends. That's it. Point. Eine Legende hofft. Wir verlangen uns eine riesige Chance. Wenn man die Weichrichtung stellt, dass man das auf Zukunft auf Junge aufbauen kann, das liegt mir schon sehr am Herzen. Die Taigras. Monument und Stolz einer ganzen Region. Bedroht durch ein globales Virus. Mein Stolz einer deutschen Organisation in! Untertitelung des ZDF, 2020